Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Aus unserer IP-Kollektion zeige ich euch hier den absoluten Preishit unter den Sommertops. Dieses Shirt zeichnet sich vor allem durch sein angenehmes Tragegefühl aus. Das leichte Material fühlt sich beim Laufen einfach richtig gut an. Selbst an besonders heißen Tagen leitet die Funktionsfaser die Feuchtigkeit von deinem Körper nach außen weg. So bleibt die Haut angenehm trocken. Zusätzliche Belüftung hältst du natürlich einerseits durch den offenen Schnitt, zum anderen aber auch durch die Mesh-Einsätze, die hier am Seiten- und Rückenbereich entlanglaufen. Das besonders atmungsaktive Material liegt auch nach längeren Belastungen noch angenehm locker und leicht am Körper. Und solltest du abends mal später laufen gehen und es ist dunkel, dann schützen dich diese reflektierenden RP-Logos. Ob bei deiner sommerlichen Laufeinheit oder als untere Schicht in der Übergangszeit, dieses Top ist vielseitig einsetzbar. Leicht, funktional und ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, das RP-Lauf-Shirt wird dir speziell in der wärmeren Jahreszeit ein super Begleiter sein. Also, lauf dich fröhlich, hol dir das Shirt in deiner Runners Point Filiale oder bestell es online unter www.runnerspoint.com.